Zahnschmerzen mit Alkohol bekämpfen, hinsetzen. Gestern haben Sie sich der Behandlung durch die Flucht entzogen. Heute heißt es Mund auf. Hier? Und auf, nochmal zu. Also die Nadel, ach du liebe Zeit. Wissen Sie, wie ich mich freue? Dann habe ich Glück gehabt, dass Sie Glück gehabt haben. Sie wissen ja, wie ich mich freue, wenn Sie sich freuen. Päppchen! Guten Morgen. Wie? Guten Morgen, Herr Kollege. Ja, ganz beinerseits. Er hat nun mal so seine Eigenheiten, unser Doktor. Tja. Ihr habt alle einen Dampf vor dem alten. Tyrannien, egoistischer. Was haben Sie da eben gesagt? Trottel. Es ist ein unglaubliches Verhalten. Wenn ihn anerkennt, dann Sie, Viktoria. Du weißt doch längst, weshalb ich gekommen bin, Viktoria. Ich weiß, Alexander. Viktoria. Alexander. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.